Die Aktienrente ist eine Mogelpackung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, der Versicherungsmathematiker und allseits bekannte Verbraucherschützer im Bereich Geldanlagen, Aktienanlagen, Axel Kleinlein sagt, schreibt, die Aktienrente ist eine Mogelpackung und er fordert die Regierung auf, die Pläne fallen zu lassen. Aber nicht nur das, ich komme gleich auf Axel Kleinlein zu sprechen, um wo er es geschrieben hat, können Sie dann super nachlesen, sondern auch die Deutsche Aktuarvereinigung, DAV und das Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung, IVS, gehen gegen die Pläne der Bundesregierung hart ins Gericht, die sagen, Leute, was ihr hier macht, ist Irrsinn. Das ähnelt sozusagen denen, was man vor 30 Jahren gemacht hat, dass man den Leuten, also vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern, die keine Ahnung hatten, sozusagen gesagt hat, nehmt Kredite auf für eine private Rentenversicherung. Völliger Irrsinn. Ja, und die Deutsche Aktuarvereinigung sagt auch, dass das Konzept, was Lindner hier anbietet und was auch von der SPD verabschiedet worden ist, das ist ja der Irrsinn, die SPD macht ja diesen Irrsinn auch noch mit, das erinnert an einen sogenannten gehebelten Hedgefonds. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, dass hier Kredite aufgenommen werden, die letzten Endes nur dazu dienen, um dann in hochriskante Aktiengeschäfte einzusteigen, um dann eventuell dort auch noch Renditen zu erwirtschaften. Das ist im Grunde genommen die Kohle, die wir Steuerzahler dem Lindner und dem Heil in die Hand geben und die ballern das über ihre Konstruktion in solche Geschichten rein. Aber ich zeige Ihnen das mal, was der Axel Kleinlein dazu in der Tat richtig gut geschrieben hat. Das können Sie sich auch bitte mal durchlesen. Auf dessen Internetseite hat er Folgendes gemacht. Er hat mal einen Beitrag veröffentlicht zum Thema Aktienrente, Schuldenrente. Und er hat direkt den Herrn Hubertus Heil und den Christian Lindner und den Olaf Scholz angeschrieben und hat denen gesagt, Leute, ich kenne mich in der Welt der Altersvorsorge aus und da gibt es schon so viele unsinnige Produkte, die vermarktet werden sollten mit blumigen Begriffen. Und bei der versicherungsmathematischen Prüfung, er ist Versicherungsmathematiker, dann hat er oft Verträge gesehen, die ganz anders geschrieben werden als das, was eigentlich drinsteckt. Und viele Verbraucher sind vor 30 Jahren so Kleinlein fremdfinanzierten Renten auf den Leim gegangen. Da mussten die Kunden Darlehen aufnehmen, das muss man sich mal überlegen, Darlehen aufnehmen. Dann wurde in riskante Anlagen wie Aktien investiert, die sich besser rentierten sollten als die Zinsen für die Darlehensschulden. Und was anderes ist ja das Generationenkapital auch nicht. Schon alleine der Begriff, lieber Herr Christian Lindner und lieber Herr Hubertus Heil, das ist meine Meinung zu dem Thema, der Begriff Generationenkapital ist schon völlig verfehlt. Es ist eine völlige, damit gehen wir, sollen wir ihnen sozusagen auf dem Leim gehen. Das, was sie machen, hat mit Generationenkapital nichts zu tun. Sie nehmen Kredite auf, um in hochriskante Aktiengeschäfte einzusteigen und dann abzüglich der Zinsen hier auch tatsächlich noch Renditen zu erwirtschaften. Aber gehe ich wieder mal auf den Kleinlein zurück und das Geld, die Darlehen wurden sozusagen aufgenommen. Es wurde in riskante Anlagen wie Aktien investiert und ja, das hat dann oftmals nicht funktioniert. Weil der Grund darin liegt, dass die Renditeerwartungen, die man dem Kunden damals vorgegaukelt hat, niemals eingetroffen sind. Es hat nie funktioniert und die Schuldzinsen vor allen Dingen für die Darlehen so hoch waren. Ja und Kleinlein selber schreibt ja, von diesen Konzepten haben in der Vergangenheit nur ganz wenige überhaupt funktioniert. Er kennt nur gescheiterte Verträge und das Konzept einer solchen Schuldenrente ist wackelig. Man muss die Schulden im Griff halten, meine Damen und Herren. Das ist nämlich das Hauptproblem. So und Sie möchten und Kleinlein sagt Lindner und Habeck, Lindner, Heil und Scholz ja praktisch im Grunde kommt nichts anderes. Sie möchten mit der Aktienrente nun das Gleiche machen. Da steht es, meine Damen und Herren, ja, das ist nichts anderes als, also das, was in der Aktienrente jetzt hier passieren soll, ist nichts anderes, als das Lindner und Heil Schulden aufnehmen und über die Schuldenfinanzierung letzten Endes hier dann Aktien gekauft werden sollen und damit Renditen erwirtschaften sollen. So, Ihre Aktienrente kann nur dann funktionieren und jetzt kommt, wenn Sie genügend Dumme finden, die Ihnen für wenig Zinsen das notwendige Geld leihen. Sie brauchen Menschen, das schreibt Herr Kleinlein, lesen Sie bitte genau, die so doof sind, nicht in die rentableren Anlagen zu gehen, auf die Sie selbst bei der Aktienrente setzen. Ja, also die Leute oder die Institutionen, die Geld haben, die sollen dem Staat sozusagen für wenig Zinsen das Geld leihen, damit der Staat dann oder damit Herr Lindner und Heil dann in die Aktienrente investieren. Nee, da kann ich es doch gleich machen. Dann nehme ich doch, dann nehme ich doch mein Geld, was ich Lindner und Heil geben will, doch lieber selber und packe es dort selber in die Aktien rein. Also, das wird auch so nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, wo, und dann schreibt Kleinlein auch noch, wo findet man so viele dumme Menschen, die Ihnen Geld leihen? Direkt finden Sie die nicht. Deshalb brauchen Sie die institutionelle Anleger, das heißt also Banken oder Lebensversicherungen. Die Lebensversicherungen leihen Kundengelder gegen wenig Zinsen im Namen der versicherten Kunden. Die Versicherungskunden bekommen dann weniger Geld aus ihrer Altersvorsorge. Ja, ist doch völlig klar, wenn die Versicherungen dann praktisch im Grunde genommen auf den Schulden oder auf dem sitzen bleiben oder weniger Renditen einnehmen, als wenn Sie das selber das Geld in den Anlagemarkt aufnehmen, dann bekommen die eigenen Versicherungskunden dann weniger Geld. Ja, das heißt also im Grunde genommen bedient sich der Staat Lebensversicherungsunternehmen, die das Geld von den Kundengeldern abzweigen und dem Staat als Darlehen dann sozusagen geben. Und das, meine Damen und Herren, das ist ja wohl auch rein in die Tasche, raus in die Tasche, Schulden machen auf Kosten von Anlagegeldern von Bürgerinnen und Bürgern und dann letzten Endes hier dann auch noch eine Rendite uns vorzugaukeln. Denn wir sollen ja 2036 sollen es ja schon über 200 Milliarden Euro sein und dann praktisch sollen wir jedes Jahr 10 Milliarden Euro danach, also nach 2036 10 Milliarden Euro danach zur Beitragsstabilisierung 0,3 Prozent verwendet werden. Was ist denn das für ein Blödsinn, meine Damen und Herren? Und das Schlimme bei der ganzen Sache ist, dass der Lindner uns auch noch dann auf das schwedische Modell verweist, meine Damen und Herren. Das schwedische Modell funktioniert doch aber so nicht. Also die Schweden nehmen doch keine Schulden dafür auf, dass man in Aktien investiert. Das ist doch völliger Irrsinn. Und Herr Kleinlein sagt es ganz einfach, klingt nach einer Mogelpackung, ist es auch Ihre Aktienrente, ist eigentlich eine Schuldenrente mit allen Risiken. Bitte lernen Sie aus den bisherigen Erfahrungen mit fremdfinanzierten Renten und lassen Sie die Finger von Ihrem Konzept. Auch wenn Aktienrente draufsteht, ist es nur eine hochriskante Schuldenrente. Beste Grüße, Ihr Axel Kleinlein. Meine Damen und Herren, er hat dann im Postscriptum auch noch reingeschrieben, die Mathematiker-Kollegen sehen Ihr Konzept sehr skeptisch. Zum Beispiel die Aktuare der DAV hatte ich ja eingangs des Videos auch schon Ihnen mitgeteilt. Meine Damen und Herren, ich gehe sogar noch weiter und ich fordere die Politik auf, Lindner, Hubertus Heil, in einem persönlichen Kontrakt, in einem Vertrag persönlich die Haftung dafür zu übernehmen, was jetzt hier passiert. Lindner und Heil wissen, kennen die ganzen Dinge, die hier gegen die Aktienrente geschrieben worden sind und sie ziehen sie trotzdem durch. Und das Schlimme bei diesen Politikern ist, dass sie persönlich dafür nicht haften. Und das muss man sich mal vorstellen. Hier wird Geld unserer Menschen angelegt, zum Beispiel auch aus Versicherungsunternehmen, wo ich zum Beispiel auch bei der Allianz-Versicherung Geld angelegt habe. Wenn ich dort was angelegt habe, habe ich aber nicht, weil ich der Allianz-Versicherung nicht vertraue. Ich vertraue keiner Versicherung mehr in Deutschland. Seit 2009 ist mein Vertrauen da komplett weg, aber das ist eine andere Sache. Aber es gibt ja viele von Ihnen, die machen das immer noch und dort nehmen die ihr Geld raus. Und Lindner und Heil gaukeln Ihnen hier vor, dass hier große Renditen, große Gewinne sozusagen erwirtschaftet werden, damit die Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung in der Zukunft stabil gehalten werden oder ein bisschen abgefedert werden. Meine Damen und Herren, ich fordere Lindner, Scholz und Heil auf, privat schuldrechtlich in einer Erklärung für diesen Irrsinn zu haften. Denn wenn Sie das nämlich unterschreiben würden als Minister und auch als Bundeskanzler, dann würden Sie sich sehr wohl überlegen, ob Sie diesen Blödsinn uns als etwas ganz Tolles verkaufen. Die Aktienrente, die Lindner und Heil hier auf den Markt bringen, sind nichts anderes, wie Axel Kleinlein das sagt. Eine Mogelpackung, eine Schuldenrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de, Peter Knöppel. Gegen die Aktienrente. Gegen die Aktienvakend 2-3-2-4-8-3-2-4-8-4-5-8-3-5-3-8-4-8-4-7-8-80.